Eine interessante Erhebung der Oberlausitz ist der Hausberg der Gemeinde Waltersdorf, die 793 Meter hohe Lausche, direkt im Zittauer Gebirge. Wer den Berg erklimmen möchte, sollte gutes Schuhwerk und etwas Kondition haben, da die Wanderung zum Gipfel auf den sehr naturbelassenen Wegen nicht ganz einfach zu laufen ist. Auf den Gipfel angekommen, zeigt sich dem Betrachter ein einmaliges Panorama. Der Lausche Gipfel, der über die deutsch-tschechische Staatsgrenze verläuft, ist ein beliebter Treffpunkt für Wanderer beider Länder. Auf dem kürzlich fertiggestellten Aussichtsturm verbessert sich noch einmal die Rundumsicht, da nun der Blick auch über die Waldungen möglich ist.